und diese belagerung zieht es den jetzt aber ich lasse ich glaube noch erstmal belagern einkommen durch blündern das ist so sollte ich das dann tun ich mache mal ein lager auf dann können wir nämlich noch rekrutieren ich hoffe ich mache ja alles richtig die vorgespielte freundschaft tut ihren dienst einige rivalisierende mächte wären möglicherweise zu verhandlungen bereit er wägt ein abkommen denn geld schmiert die getriebe des krieges erstmal kurz hier schauen dann kann ich heißen wenn es direkt und hier okay oder verschlinger was sind denn die verschlinger relativ wenig rüstung Mache ich gute Waffenstärke? Jäger. Ach, das ist Helden-Dingsbums. Oder für echt eine geile Abwehr, ne? Das ist der Spaß hier. Ja, da muss ich auch was dessen. Aber ich kann ja hier mal noch gucken kurz. Ich erinnere, das Einkommen wäre hier, glaube ich, ganz gut. Das Wachstum. Gibt's denn noch Vorräte? Vorräte. Was ist das Thema hier? Wie ich denn den Tybi ausbilden, diesen Starken-Dings? Oh, Goldgrube. Ah, das wäre auch was hier. 600. Leider wie das da. Ja. Nehmen wir da vielleicht erstmal auf die Goldgrube. Was ist das? Oh. Dann wäre das Einkommen auch 600. Haben wir das Einkommen? Plus 25 Prozent? Ah, das kann ich, glaube ich, nur hier bauen, ne? Dann sollte ich das, glaube ich, tun. War das nicht so? Minus 10 mit den Ogerkönigreichen. Na ja, Minus 10 wäre doch okay. Und ich muss sie ja, glaube ich, eh alle erobern. Also von daher würde ich sagen, ist das erstmal okay. Jetzt machen wir wohl ein bisschen hier. Das wäre auch mal was, aber ich habe ja halt keinen, der kämpft. auch bedenken. Okay. Wir haben übrigens kein Geld mehr, fällt mir gerade auf. Scheiße. Da habe ich ein bisschen zu viel ausgegeben. Ha. Naja. So. Wer braucht denn noch eine Rüstung? Unser Scheffe. Der geht jetzt langsam gut ab. Okay. Dann belagere ich die denn jetzt. Dieses militärische Zugang finde ich nicht so geil. Ich kann mich auch täuschen, aber irgendwie so im ersten Moment finde ich es nicht so. Wenn ihr euer Reich zu Wohlstand führen möchtet, müsst ihr auf eure Ausgaben achten. Habt stets ein Auge auf eure Finanzen. Ich weiß. Finanzen ist gerade scheiße. Durch. Das Zeug braucht halt noch ein paar Runden, bis es da ist. Aber gut. Ähm. So. Wie sieht es denn hier aus? Sie kriegen Big Damage, ne? Das ist schon ganz cool. Wie lange kann ich die euch belagern? Solange ich die Dauerung habe. 25 hat der noch. Was hat denn der noch? Der hat schon kein Fleisch mehr. Okay. Wir müssen jetzt versuchen anzugreifen. Aber Sieg. Die Verstärkung funktioniert diesmal. Schade, dass mir nicht anzeigt, wen ich verlieren würde. Also ich versuche es jetzt mal manuell. Welche schlechte Entscheidung. Aber wir probieren es. Ach ja. Ja. Meine Verstärkung kommt von da, wo ich bin. Ich versuche jetzt erstmal in die Hose gehen. Eure Streitkräfte sind angriffsbereit. Die feindlichen Befestigungen sind beachtlich. Doch mit Beharrlichkeit lassen sie sich überwinden. Die haben hier ja voll die Mauer. Vertreibt den Feind und reißt diesen Ort an euch. Okay. Mit Mauer hatte ich das noch nie ehrlich gesagt. Also mit schnell rein ist jetzt hier nix. Kriegt es überhaupt easy eingerissen? Warum hat das hier so ein Strahlendingsbums? Wieso strahlt das hier? Ich habe jetzt keinen Plan, ob es irgendwie sinnvoll ist da jetzt. und neun tausend gesund hat. War doch ewig bis ich da durch bin, oder? Äh, ich würde es jetzt mal starten, ich gucke mir das jetzt mal an, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee hier ist. Oger sind stärke und fürchterregende Kreaturen. Nicht einmal die Mauern einer Festung können ihren Hieben standhalten. Rückt vor. Aber die schießen ja auch die ganze Zeit. Was ist denn? Okay, Oberkönig ist das schon. Bleibt halt einfach mal an, Leute. Kommt. Ich höre, dass das doch kacke hier. Oh, das Feind ist wunderschön. Ach, jetzt kann ich durch. Ja, aber das ist doch kacke jetzt hier. Das sind Einheiten. Alter, wie die auch ballern. Das ist doch scheiße, ist das doch kacke. Komm schon. So ein Schaden. Das wird Gebäude und Belagen. Sollte halt alleine jetzt hier auch nicht den ersten Grund kämpfen. Drückt halt alle mal rein. Okay, das ist mir noch zu schwierig mit Mauer. Gebe ich ehrlich zu. Kann ja nichts werden hier. Aber wie setzen die denn hier ein? Deckel. der wird noch nicht das Schaden. Verwärts, dass wir ihn mit sehr schaden. Ich habe ihn mit. Wirklich. Ich bin die Schaden. Ich bin schon dringend. Ich bin ein Blatt. Na, das ist die Schaden. Wenn wir die doch gescheit bewegen können, wie sie gern die so wie sie erwarten, dass die einfach dauernd in ihrer Rage drin Das wird so nix Denken wir mal ehrlich, das wird so nix Das wird so nix Das wird so nix Ich gehe hier hin. Komm jetzt weg? So, jetzt gucken wir mal kurz, was mir was bringt, wenn ich die jetzt hier putze, die irgendwo hindüsen können. Komm. Keine Ahnung, ob es klappen wird. Die zwei sind eh in Rage, die brauche ich gar nicht mehr bewegen. Oh, Mann, bitte. Jetzt ist es möglich. So, wieder unten durchkommen so rum. Und hinten angreifen noch. So eine Stelle, ja. Dann lässt sich da mal schießen können. Oh, die flüchten gefühlt alle. So, eins erobacht. Weiter. Seid ihr jetzt da durch? Ne, ihr seid noch nicht durch. Dann bleibt mal stehen. Die oberen Kreisen ist ja hoffentlich jetzt schnell ein. Oh, Mensch, jetzt zieh mir da mal nichts hier, ne? Oh, Mensch, jetzt zieh mir da mal ein Tier, ne? Deine ist mal durch. Nee. Ah! Boah, jetzt können sie aber rein. Dachte ich zumindest. Sind sie jetzt rein oder nicht? Glaub ich einfach nur ein bisschen eng. Oh, hier ist der Meats! Noblage! Let's go, Noblage! Für die Ogres! Na kurz gucken. Was machen wir? Schon alle mit ihm. Ich bin jetzt schon fast tot hier. Oh, ich kann mich wieder nicht bewegen. Ich finde es so doof, ich kann sie jetzt nicht mal zurückrufen, um sie zu schützen. Weil sie sich halt einfach nicht bewegen lassen. Durch dieses Rage-Dingenswummen-Star. Dämlich. Laufen. Dann könnte ich die Zähbelzahnrudel so gut gebrauchen, um einfach mal hier ein paar vorzuschicken. durchzurennen. Noblage! Die nicht hoch wegruben, das ist so ärgerlich. Was? Was? ein bisschen vor. Die werden fallen jetzt, weil ich kann die einfach nicht wegrufen. Ich bin einfach zu sehr in Rage. Nein, jetzt kann ich euch wegrufen. Immerhin! Oh, no. Oh. Was? Was? Wir haben's! Natürlich mit Verlusten, aber ich finde es echt okay. Ich bin die Yuki. 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 Aber ich weiß, wie viel das ausmacht hier. Vielleicht nicht so sicher. Wir haben den Clan-Wortzimmer ausgelöscht. Wohoo! Wohoo!